Was ist das? Was denn? Hä? Warum bist du denn mit drin? Wer ist drin? Du alter! Ey, Bad Knock! Bad Knock, die OP alle! Gemacht. Sex Griefer, alter! Bann mich! Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Garkulim. Ich hab schon lange keine Videos mehr gemacht und dachte mir, ich fang mal wieder an. Ich habe heute mal im Community-Sub gefragt, was sie gerne haben wollt. Und ganz, ganz viele wollten, dass ich mir auf irgendwelchen Servern Rechte beschaffe und die Ohren auf Sicherheitslücken hinweise. In dem Video habe ich einem Ohren einen OP-Plugin untergejubelt und in dem später gesagt, dass er besser darauf aufpassen soll, was ihm so an Plugins geschickt werden. Wenn euch dieser Content gefällt und ihr wollt, dass ich mehr von solchen Sachen hochlade, dann bewertet das Video einfach positiv, abonniert den Kanal und schreibt mir ein netzes Kommentar. Garkulim ist back am Start, viel Spaß mit dem Video. Hallo. Hallo. Jo, ich hab gestern den Minecraft-Subler von jemandem bekommen, weil ich hab mich irgendwo versucht als Developer zu bewerben und die haben gesagt, dass ich nach welcher sucht. Stimmt das oder sucht ihr keine? Ja. Ja. Okay, was soll ich machen? Soll ich ein Test-Plugin schreiben? Ja, gerne. Das ist mit Permissions. Mit Permissions, ja, da kenne ich mich aus. Das bräuchten wir doch unbedingt. Habt ihr doch, ihr habt doch Permissions-Exx oder nicht? Ja. Ich hab noch früher einen Server gehabt, da hab ich ein Permissions-System gemacht, falls ihr es braucht, mit fertigen Rängen, also dass dann auch die Leute zum Beispiel richtige Flagg setzen können und so. Kann ich vielleicht eh was Besseres geben. Äh, so. Ähm, Nick, was hast du jetzt probiert? Ja, sorry, mein Ton war irgendwie weg. Ah, okay. Und du siehst, in der Tablet steht überall noch. Das weiß ich auch nicht, wie ich das wegmache. Und warum ändert sich dein Kopf in der Tablet? Mein Kopf? Weil du immer... Ja. Weil ich hab zwei Ebenen. Wenn du dich ganz weit weg bewegst, dann siehst du meine zweite Ebene nicht mehr. I have four. Ah, geil. Das Plugin, was ich euch gebe. Moment, muss ich mir gleich kurz holen. Das dauert jetzt richtig lange. Weil ich lad mir das vom Server runter. No, einen kleinen Moment. So. Aber ihr dürft das nicht weitergeben, ne? Weil das ist selbst programmiert. Also, keine Ahnung. Du kannst ja mal sagen, wann du das drauf machst. Und dann kann ich auch direkt erklären, wie es geht. Per Mission 6 kannst du übrigens auch drin lassen, ne? Das arbeitet auch damit. Also kann man als Abhängigkeit benutzen. Äh, Plugins, musst du das drauf machen? Oder musst du den Server reloaden? Ähm, ich glaub, ich muss in der Neust... Nee, nee, musst du nicht. Aber du musst dann auch Bescheid sagen, dass ich dir das auch gleich erklären kann. Weil dann musst du es dann einstellen. Kannst du ingame machen, aber du kannst ja auch die Konfigurationsdatei runterladen, das auch bearbeiten. Und wie gesagt, bitte das Plugin nicht irgendwie weitergeben oder verkaufen oder irgendwo hochladen, weil das soll nicht öffentlich sein. Ich schaue es mir nur kurz an. Ja, mach das. Kannst du auch decompilen, ne? Kannst du denn noch den Code sehen? Wie lange habt ihr den Server schon? Seit gestern? Vorgestern? Vorgestern. Ach so, deswegen wurde mir das gestern mitgeteilt. Ja, keine Ahnung. Also ich habe ja mein Server irgendwie... seit... zwei Wochen da so geschlossen. Aufgrund von Kosten. Ich meine, die Server kosten halt viel monatlich. So 20 bis 30 Euro. Kann ich halt nicht ständig bezahlen. Und... Ja, wurde mir dann irgendwie gesagt, so jo, da haben welche Leute neu aufgemacht und zwar da hieß die IP, ich war dann drauf. Ich habe euch aber dann nicht gesehen. Warte gar nicht drauf. Das war irgendwie um 2 Uhr, 3 Uhr nachts oder so. Ja, da waren wir nicht drauf. Ja. Und wie geht's? Ja, ganz gut, ne? Darf ich dir mal was sagen? Ja, mach mal. Kennst du gar Kolumb? Ähm, warte mal kurz. Wer? Weil du hörst nicht. Gar Kolumb. Nein. Also, komm, also ich weiß, also... Nein, also ich kann jetzt kein Nein. Weil du hörst dich mega so an. Und wer ist das? Ein... YouTuber. Der anderen Server hilft. Ach so, okay. Ne, ist mir nicht bekannt. Ich soll jetzt einfach nur in den Pluginsordner reinziehen? Einfach in den Pluginsordner und dann schätze ich die Konfigurationsdatei, weil du musst aber dann aber auch mit Slash-Fragezeichen, mit Slash-PL gucken, ob das Plugin auch drauf ist. Also wenn ich jetzt PL mache, sind halt die Plugins drauf. Ist das drinne? Äh, nein, jetzt ist es noch nicht drin. Ja, jetzt ist Permissions-Pers dran. Steht das da drinne? Ich geb' mal Slash-Perm ein. Ja. Okay. Scheint zu gehen. Was? Scheint zu gehen. Perm gibt's nicht. Äh, Slash-Perm, gib mir mal Slash-Perm ein. Das gibt's bei mir nicht. Gibt's nicht? Nein, Slash-Perm gibt's nicht. Hm. Dann würde ich sagen, äh, hau das denn einfach mal raus. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt nicht für deine Server-Version gedacht. Was war das? Hat da jemand gefurzt oder so? Das war der Tür. Ach so. Hast du rausgemacht? Ja, ich hab's rausgemacht. Okay, perfekt. Sag dir mal Bescheid, Bescheid, wenn das ja was ich gereloadet hat. Ja. Jetzt. Perfekt. Hier ist aber immer noch Permissions-Pers drauf. Nee, Permissions-Pers ist drauf. Was meint ihr denn? Leute? Ja. Kommt mal kurz zu mir. Head Knock? Ja. Äh, lol, ihr habt den gleichen Skin. Nein. Du hast mich grad gehauen, lol, what the fuck. Kann man das irgendwie so machen, dass man irgendwie nicht geschlagen werden kann? Nein. Ja, wenn du OP hast. Was ist das? Was denn? Systeme will last five in-game days. Äh, wie kann man, kann man denn bei mir auf dem Grundstück das so einstellen, dass man da irgendwie nichts machen kann? Jeder kann nicht immer schlagen. Okay. Wir haben auch hier. Ähm, was ist denn was? Hä? Warum bist du in mir drin? Wer ist drin? Du alter. Was denn? Junge, geh aus mir raus. Was ist denn? Geh weg von mir. Welches Problem gibt's denn? Junge, geh raus aus mir. Ich hab doch nichts gemacht. Max Creeper, alter. Ich mach doch nichts. Geh weg. Ja, du machst nix. Du bist nur in mir drin, ne? Geh weg. Hä? Wo liegt denn das Problem denn jetzt? Ich hab doch jetzt nichts gemacht. Nein. Du bist nur grad in mir drin und hast TNT in der Hand. Ich hab keinen TNT in der Hand. Du hast doch das TNT in der Hand. Ey, Bad Knock. Bad Knock D.O.P. alle. Ich kann nichts machen. Bann mich. Och man, war doch klar. Ich hab doch nichts gemacht. Nein, du bist nur in mir drin. War doch klar, dass du ein Griefer bist. Ich bin doch kein Griefer. Nein, ich merk's. Ich mach doch nichts kaputt. Guck mal, ich baue sogar alles auf. Ja, und warum bist du in mir drin? Nee, komm, lass es. Ich bin doch nicht in dich drin. Nein. Ach Junge, hör auf. Ich mach doch nichts. Ach, du hast irgendwas gemacht. Ja, genau, ich merk's. Guck mal, ich baue hier sogar das Haus zu Ende. Schön, jetzt geh aus mir raus. Wenn der andere nicht zufrieden ist, dann kann er mich doch bannen, oder nicht? Ja, dann bannst du mich, Alter. Ich klär mal kurz auf. Ich klär mal kurz auf. Ihr habt grad ein OP-Plugin angenommen. Das solltet ihr nie machen. Ihr solltet die Plugins vorher richtig untersuchen. Wer bist du? Gakulum. Ich nehm mich mal kurz um. WTF, echt jetzt? Ja. Jetzt ne, no joke. Ja. Ja. Oh mein Gott. Darf ich einen Screenshot mit deinem normalen Account? Ja. Oh mein Gott. Das zittert grad halt so hart, ne? Ja, ich auch. Kann ich noch Werbung für meinen YouTube-Kanal machen? Ja, ist denn auf YouTube. Du musst einfach nur sagen. Und tippen, dass die Leute ein. Best. Ich heiß Best Knock wie in-game. Nur ich glaub, wenn du nach mir suchst, findest du ein paar Boxkämpfer. Also der erste Kanal, der mein Skin hat. Ja. Also meine lieben Zuschauer, joint auf noccb.mindplay.me. Da sind hilfsbedürftige Owner, die gerade nach Hilfe suchen. Ähm, bitte den Server nicht griefen. Ja. Sag ich euch ausdrücklich, bitte nichts kaputt machen oder so. Ähm, also wenn ihr gut programmieren könnt oder so, dann bewirbt euch als Developer oder als Builder. Und ihr habt halt die Aufgabe aufzupassen, dass die Leute hier keinen Mist bauen, ne? Ja. So. Aha. Ich würde mich dann von euch verabschieden. Viel, viel Dank auf jeden Fall, dass ich das verwenden kann. Ähm, dann seid ihr ja morgen 13 Uhr im Video. Ja gerne. Also ich grüße die Klasse 8D und äh, ich grüße meinen Freund Noah und Nick. Ja. Der andere? Und Alex. Ich grüße meinen Freund Dornik, Nick und ja, meine Klasse 2S. Ich grüße den link. 軒, Ambassador S malum. Alles? Alles? sho �?